Prozent Prozent um Jahr das ist das Röder für die Musik die Rüste für die Art und schreckt mir wie sie heute schon mal schauen kein nur ein Schnellen die Lieder und wesentlich die Wüste ist gelten ist so hoch schocken nicht und ja ja und auch viel die spielte für sie ist einfach zu schmutzig warte es ist mir alleine sie kommt mit bestrafung im grüßig zu sein bitte hör auf ich werde dich niemals verschrecken wollen ja die musik ist doch scheiße dann hier vor allem der Sanfte Ich bin schon für ein Gefallen Ich bin mir das schreckend dann Ich bin es ich bin ich bin einer lang schon dass es ist ist so so das ist es Du sagst, wa wa wa, take on blan, eh! Ich weiß nicht was das ist! Oh oh, die ist richtig, geht's Ihnen jetzt gut? Was bringt Ihr heute zur Schule bei? Das ist eine Vendetta-Rune. Das ist ein Blan, das ist ein, das, das... Das Weapon unseres Königreichs! Das Königreich! Der Monster! Uuuh, ha ha ha! Großartiger Name! Und das ist genau wie ich immer sage! Nummer 1 König Fluffybuns König Fluffybuns König Fluffybuns König Fluffybuns König Fluffybuns Oh! Soll ich auch sein The King Der König König Fluffybuns Er ist ein freundlicher Happy-go-lucky Kind of guy Also Einfach Ein unglaublich glücklicher Kerl Und so sagen Wenn ich wieder weiß Egal Baby Mr. Night Guy Wenn du ihn langer gehend gehst Wirst du ihn vielleicht treffen Er liebt es einfach rumzuspazieren Und mit Leuten mitzusprechen Warum ich ihn Fluffybuns Ah das ist eine großartige Geschichte Ich erinnere mich nicht daran Aber wenn du jetzt zurückkommst Und wenn du sehr viel später zurückkommst Ich bin sicher Dass ich mich dann irgendwann daran erinnert haben Werde Aber und ein Und ein Ja sie ist sehr lokal an ördlicher Held Hier Sie gerät in Determination Alone Sie fuhrt away The top of the world Sie hat sich ein bisschen An die Spitze der Rörelen Also Königin Wache gekämpft Momentan Dann kam sie hier einfach hier Warum Nachher irgendjemand Hat sie nach irgendjemanden Wie dich gefragt I want you back kid And buy some items It might just say Vielleicht Halt Wahaha Exit Hm Nein ich fühle mich dann Sei freundlich dich die Rasenkind Hm Hm Na dann hier Ist aber nur irgendein Gang Na dann Wir wollen nichts zu machen Ja egal so Ist das schon Waterfall oder noch nicht? Ja Blüten Entpfiffeln Verletzt Geschlagen Und Furcht Äh Äh Furchterregt Für unser Leben Ähm Natürlich Niemand Ja wir sind natürlich In Seven of the Great Des Magicians Sieben Der größten Magier Versiegelten uns im Untergrund Mit einem magischen Spruch Nichts kann hier durch Dieses Siegel Treten Äh Aber nur Diejenigen die eine kraftvolle Also mächtige Seele haben Können diesen Ort verlassen Ähm There is only one way to reverse this build Ich bin nur ein Weg Diesen Zauberspruch umzukehren Wenn eine große Macht Äquivalent zu Also Gleichwertig den sieben menschlichen Seelen Die Barriere angreift Ich werde Wie diese zerstört Ja Aber dieser verfluchte Ort Hat weder Eingänge noch Ausgänge Ja Es gibt keinen Ausweg Es gibt keinen Weg Es gibt keinen Weg Ein Mensch Könnte Dass jemand ein Mensch hierher kommen könnte Totdown Vorher war Wir werden hier wohl immer Für immer gefangen bleiben Die Blumen kann ich nicht anquatschen Schade Egal So Die magischen Magic Mushrooms Und die leuchten In einer surrealistischen Welt Voller komische Ereignisse Oh Special Enemy Appliance Hat die Parkinson Oder warum zitterst du so Ja Und Wo ich hier irgendwie Nee Kann ich nicht Schade ketting ância Leise Ja Knochen Bis zumèu Sind Kim Está Kann sie Knochen Wie Haben Sie Diagnose Und das ist mein Freund, Tami. Oh, I am Tami. Don't forget my friends. Hey, I am Bob. Ja, 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 du fühlst irgendwas. Du fühlst mit Bestimmung oder Intervatern erfüllt. Ja, ja, so mache ich immer weiter. Ja, hahaha, das war Menschen, so süß. Ja, ja, ich will so check dem Stop, dem Shop. Oh, ich will sicher auf dem Shop. Ja, da mache ich mit, dem wirds ich, ich will jetzt. Dem wird relevant. Ja, was denn dann? Und? Das heißt, du hast ein Leben voller Sünden gelebt. Um da 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 feeling of being watched fühle mich beobachter Temm, steht hier auf dem völlig famous W-U. Geh mal heim. Hey, oh, willkommen zu... Das Tempstorp Talk to... Hallo, oh, I'm Demi. Wie bitte? Oh, ich bin Demi. Demi, wie bitte? Hey, ich bin F-A-T-P-S-A-L-E. Nächste Jahre besprechen, was? Ja, also Tempstorp. Was raucht ihr denn eigentlich mal? Äh, Bull. Umba-tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Du. Is. Me. Mein. 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 arya. Darabada. Dritte. Nudeltendendendendend. Das heißt du denn für ne Quechstimme? Hm? Aber, hier geht's ja nicht voran. Schande. Wohin tossed doch mal. wenn ich hier gibt ja überhaupt nein haut nur ab es geht aber hier kann ich einfach nicht auch nicht schade wie ich nicht eigentlich würde ich auch nicht hier geht es nicht hier irgendwie ich probiere einfach mal aus oh Nein, der Weg ist auch eine Fintech. So, Toby Fox, sind Sie trolling bei mir? Schade. Ja, wie komme ich denn denn voran? Das ist hier die große Frage. Der Seine ist auf dem Trollweg immer wieder. Der weiß nicht wann man Witze einsetzen soll und wann nicht. Die Jogende ist ohne an Honig gewerzen oder ohne Magie. Da muss ich führen, die Monster und Kistelle zu navigieren. Das ist ein komischer Leuchtturm. Ja, hau doch ab, Mann. Ich bin da für ein komischer Leuchtturm. Jo. Hallo. Hallo. Mann. Mann. Mann, das heißt, man kann nicht mehr ebenso ohne Licht auskommen. Sondern ma Estado schon, wenn man nicht irgendwie sinnlos rumlatscht. Fickt euch, ja ihr scheiß Monster, weg mit euch. Das ist ja auch wieder der Finter, ne? Nee, gut. Und immer tiefer geht ich in diese Hölle. Hinter dir. Na? Hm? Sieben, sieben Menschen sehen. Sieben Menschen sehen. Mit der Macht der sieben Menschen sehen. Unser König, König Asgur Drimo, will damit wieder Gott sein. Mit dieser Macht kann Asgur endlich die Barriere erschüttern. Er wird endlich die Oberfläche zurück von den Menschen erhalten. Geht ihm, wer die zu diesen Leidenden und Schmerzen, den wir hier ertragen mussten. Verstehe ich Sie, Mensch? Das ist unsere einzige Chance. Äh, der Drimo, stimmt ja. Gib uns deine Seele! Äh, äh, Tino, ich fahre mit Buddy. Oder ich werde sie aus seinem Körper reißen. Richtig, Messer! Oh nein! Ich werde dich in deinem Kampf unterstützen. Ja, warte denn nun. Jo! 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 Das ist geschafft. Andein. Weiß ein Freund hat sich gerade vor dir. Genau vor dir. Gefund. Jo, sie zugefahrt. Die hat die Gottfrau von Jo, sie ist. Äh, die Kämpfe in der ersten Reihe. Ja. Sie ist in der ersten Reihe sozusagen. Warte! Wo ist die Verding? Wo ist die Verding? Wo ist die Verding? Wo ist die Verding? Aua! Hey! Du erzählst mich nicht davon. Äh, davon. Was wirst du das nicht tun? Was für ein Verding der Fan. Ja, warte denn. Wo ist die Verding? Wo ist das? Was ist das? Was ist das? um keine Ahnung die will ich verpitzend über den Klinik als sie mich an meinen Wunsch die Wünsche ich will die bespricht das Leben die Kündigungen aus ich werde natürlich werde ich nicht lachen ich habe ich mich würde gerne den Berg auf klettern und ständig und ist geil aber im Himmel stehen unter dem Hüschel wird über die Welt herumschauen er hat ihn auch die Aussicht genießen das ist mein Wunsch in a ha ha wie sie wurden gelagert jetzt würde ich ja nicht lachen ich gehe entschuldigen ich war einfach nur lustig das ist mein Wunsch ja das ist auch mein Wunsch der Engel der eine der die Oberfläche gesehen hat die werden zurückkehren und das oder Untergrund wird leer sein ja ach so Brückenpfeiler Jo 57 Minuten läuft die Aufnahme schon man merkt gar nicht wie schnell die Zeit vergeht Jo du bist hier aber ohne Ars gesammelt ich würde dich was fragen man ich habe noch nie I have never had to ask someone before ich habe noch nie jemanden zu fragen müssen fragen wollen du bist ein Mensch richtig aha man ich wusste es nun ich weiß es jetzt ich meine Andain erzählte mir bleibe weg von diesen menschen so hm ich denke mal das macht es uns zu Feinden oder sowas das Ding ist ja aber ich gebe ein scheiß drauf Jo Jo you say something mean so I can hate you sagst du willst du mich irgendwas gemeinsam dass ich dich hassen kann please nein Jo was Jo du musst du doch tun hier passiert nichts ich hasse deine blablabla Mann ich bin so ein dummkopf komm komm mal ich muss jetzt nach Hause gehen ja dann die verrückter Fan von Andain Jo 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 Hilfe wenn du euch rutscht fick dich doch Andain du hast mich gewettet die sind weggerannt du bist ja nicht falsch du bist du nicht weg ich kann Hilfe zu bekommen nicht mehr so so wie wir weg any second wenn jederzeit nur da so bekommen so klar okay ich werde nach Hause kehren und das ist nun sieben sieben menschenseelen und König Oskar wurden Gott 6 das ist wie so viel wie wir nur bis dahin gesammelt haben verstanden sieben feines so die siebte und letzte seele äh wird diese welt endlich transformiert als erstes wie immer ich kann mich die vor der so sehr ich muss die sieben starrt sieben eine ja ist sie vor langer Zeit angefangen nein Weißt du was? Spirit! Warum soll ich dir sagen, was du weißt? Soll ich jetzt dagegen kämpfen, oder was? Du... Das ist nicht der Weg, dass jeder Hoffnung ist. Du stehst im... Jedermanns Hoffnung ist einfach im Weg. All die Sitzel-E-Boks machen mich. Danke, Menschen. Willkommen zu dir. Aber du... Du bist nur ein... ...vermöseler, discriminant. Du willst nicht schützen und attacken jemanden, wenn du fährst. Selbstverständlich, das wird ein... Bitte! Du hast nicht getötet. Wenn du es zu tun hast, du tötest sie, weil... ...das ist wirklich einfach. Weil... ... einfach Spaß macht. Du denkst du, dass es Spaß macht, sich zu finden? Diese zwei jüsen Hunde... ... in order to care of each other... ... die auf jeden Fall aufeinander aufpassten... ... waren tot. Well, you know. Because of your whims of a single human? No! But you times up, wenn du... ... du böse bist. Du wohnst von anyone else. A knife in shining armor hat sofort... ... der Anruher in glänzender Richtung erschienen. Und die ganzen Schmerzen... ... die... ... einfach... ... hat mir gefallen sind. Every hope. Jede Hoffnung. Jeder Traum. Alles ist zu Staub zu fallen. Sie ist zurück. Right back to her spear. Ja. Ja. Ich will dir zeigen, wie die Termine Monsters 3 sind. Die entschlossenen, was denn nun wirklich sind. Ja, los. Sephora in Let's Endes. Verschreite vor allem. Gib dir das... Beende das Ganze. Natürlich. So, und... ... es geht natürlich am Bildsaal. Das ist dann... ... No More Running Away. Hierher kommen.